Am Dienstagnachmittag ist eine 61-Jährige durch Zaun und Thujenhecke eines Einfamilienhauses in St. Peter im Sulmtal in der Weststeiermark gekracht und mit ihrem Auto im Pool gelandet. Auslöser für den wilden Ritt war Sekundenschlaf. Die Lenkerin kam mit leichten Verletzungen davon. Sie kam rechts von der Fahrbahn ab und fuhr über einen Straßenposten und durch die Thujenhecke eines Einfamilienhauses. Sie krachte durch den Zaun und landete im Pool des Grundstücks. Es dürfte wohl ein Schock für die dort wohnende Familie gewesen sein. Die Wucht des Fahrzeugs riss den Zaun aus dem Boden und zerstörte den Pool. Auch die Airbags des Autos lösten aus. Die Frau aus dem Bezirk Deutschlandsberg erlitt leichte Verletzungen und wurde ins LKH Weststeiermark gebracht. Sowohl am Auto als auch am aufgestellten Pool entstanden Totalschäden. 15 Einsatzkräfte der Feuerwehren St. Peter im Sulmtal und Deutschlandsberg konnten mit vereinten Kräften das Fahrzeug bergen. Mit einem Kran wurde es vom Grundstück gehoben.